Ich bin Valentin Borev mit Begründer von VeloBike. Wir haben den ersten selbst leidenden Elektrofahrtrad auf den Markt gebracht und seit letztem Jahr auch eine Cargo-Bike. Unser Konzept von Anfang an war, dass wir alles lokal produzieren und lokal entwickeln. Wir konnten da seit einem Jahr im engen Austausch mit der WSF und damit können wir unsere Räder in Österreich produzieren. Das ist extrem wichtig für uns. Was alles lokal produziert ist, ist auch sehr nachhaltig und kürzere Lieferwege und so können wir sozusagen das gesamte Konzept von uns hier entwickelt worden und auch produziert und dann in der ganzen Welt verkauft. Das ist uns eine große Anliegen. Und wir SEV sehen wir als eine sehr gute Partner und wir sind froh, dass wir eine Kooperation mit denen haben und hoffen auf zukünftige Geschäfte und viel Erfolg. My name is John Irving, I'm the founder of Aire Electric Company. We're a UK-based manufacturer of the Aire 557 Premium Adult Electric Scooter. Our product is based upon bicycle principles. We were the very first scooter company actually to win a Eurobike award in 2019. And as we take this quality product to the market, we've been looking for a competent European assembler that could look at this product for us. We came across WSF, we've been very impressed with what we've seen so far. We've developed a great rapport with the team. And you know, I think what really attracted us to WSF is the standard and care and attention that they put towards all of their processes that they put towards their assembly. And this very much fits in with the values of our business. We're using the full service package really from WSF, which enables us economically, it presents a lot of benefits to the business. They are handling our supply chain, they are handling our purchasing, they are handling our imports and clearances. And this takes a big burden away from the business. So we're very excited to get going with WSF. We actually start production of the product in the spring of next year. And the process so far has been great. We're very, very impressed and we're looking forward to getting going. So we wish WSF all the best and we're really proud to be a part of this this relationship together.